Heute wird das Licht der reihe Himmel dieser Welt noch einmal erhellen. Wer bist du? Ich bin R2, ich bin immer R. Okay, du bist immer AV. Warum? Weil du Foxtrot bist. Ah, von deinem heil ich das so. Du bist aber sehr intelligent, gell? Ja, weil immer die gleichen Buchstaben waren, bei den anderen auch. Sollen wir gleich auf, ich gehe zum Zür? Ja. Da war auch schon was zum Aufsprengen. Hast du auch keine Granate? Was? Was? Das ist ja normal, Kriegs an Line 3. Ja. Über Kredits, nein, Über Kredits dann. Zwei, da waren zwei drin. Jetzt haben wir 20, gell? Ja. Ja. Da sind auch noch droben. Ja. Und der Muni kann das gleich auffüllen. Da waren Muni-Kisten. Ja, das ist kompaktierter noch. Das ist jetzt 3-4. Okay. Ich bin leer! Fuck. Ich bin leer! Ich bin leer! Ich bin leer! Ich bin leer! holen. Ah, das ist aber geil. Ja. Ja. Ah, jetzt sind wir zu viert. Granatwerfer. Ist da noch was? Ja, doch am los und dann weil die Proben liegen. Ich glaube, die klauen es nicht auf. Uro, diese Fettaboot. Ja, das ist weg. Ja. Ich bin am Terminal. Wir messen mal über das Granat. Da war ich los. Okay. Ja. Okay. Ja, aber als das ja bei den Regenketten in dem Spiel, das eigentlich mir die Bärs sind. Ja. Ja. Schicke einen anderen rein. Ich bin am Terminal. Irgendwer muss das dran oben. Ja. Ah, andere Richtung. Ja. Passt, passt. Jawohl, haben wir. Mhm. Uh, da unten ist was gelbs. Wo ist was gelbs? Ich lauf, finde ich, das ist nicht weit weg. Hat er wer geludelt? Wahrscheinlich. Hier. Ich Finanzierde. Oh, nein. Ich lese. Ist das nicht, ich lese? Ich lasse das. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Für als das. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Mein, Doctor. Der hat mich draußen. Feindliches Schiff, ich schier's. Ja. Ich bin leer! Okay, Fahrreifen verlierst nicht aus. In Deckung, Granate! Erst bitte stärkere Massen! Ah, das ist eigentlich... Willst du das Ding wieder? Ja. Ja, hätte man nicht denkt, dass man das so oft holen kann nämlich. Ja, das kann man so oft holen. Ja. Ja. Ich habe eine. Ja. Oh, hey, der doch jetzt ist es ab. Ey, die... Fuck. Hä, ich speichere das. Joho, ja, da. Magazin leer! Jadena! In Deckung! Jawohl! Für die Freiheit! Für die Demokratie! Jadena! Ja, dann machen wir den unten auch noch. Hm. Markiere Karte! Hösslich! 100 Meter! Oh, meine Fliegerlohnung! Ah, wir haben irgendwie vergessen irgendwas aufschlagen, ja? Ja! Ah, ja, Ordnung! Ist doch was Böses! Ist doch was Böses! Ja, da waren Raketenwerfer dürfen! In Deckung! Granate! Ja! 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 Jawohl! Ja! 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 Da war ja noch irgendwas auf Fragezeichen. Da war ja noch alles gut. Ja! Ja! Oh! Ja, das war ja noch mal. Ja, wo ist Moni? Wir haben Ausrüstung! Hm, der ist nicht. Jawohl. Da hat ein Sprungpaket überlassen für mich. Echt? Ja. Super. Wo ist der Portakurs vor Kumpa? Fuck. Vor uns. Ich bin leer! Jawohl! Jawohl! Fuck! Von meiner Seite aufpassen. Ah ja. Nachladen. Alter, was schießt du noch? Der Laser hat jetzt auch nie geschossen, weil der Gegner von mir war. Super. Ach so. Da kommst du schon. Ja! Wie hupst man da? Ah! Der zockt, der arsch mein Sprungpaket. Ja! So, ich mach auch. Der R2, der Wichser! Juhu, das auch mal ausprobieren! Ah, das hat er ... das 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 ... der ... Das musst du aufladen. Ja, das hat eine kleine Ladezeit. Da hinten was zum Aufmachen. Ah, ja. Achso, hab's schon. Achtung, jetzt kommt was runter, David. Ja. Oh, bei den Buschen bist du langsam her. Boah. Oh, fuck. Star Wars. Evakuierung endlich sobald ihr bereit seid. Ich schier's für Spheere. Oh, da bin ich ziemlich nahe. Waren das die Flieger? Ja. Ich lasse doch vorhin auch gleich was rein. Hm. Okay, im Bosse, das macht ziemlich langsam. Ja. Ja. Vorderer ein, anderen. Die Flut. Ich kann die Flutung nicht stoppen. Jawohl. Jawohl, eine drauf. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich auch nicht. Alter, da macht's weiter. Ich kriege einen Adler rein. Oh, fuck. Alles klar. Wow, ey, da. So fuhl ich dich aus, was du jetzt so. Warum läufst du in die Gegend rein? Ich bin schon vorher da unten gestaunt, ne? Ja. Eigentlich muss ich mich halt holen. Nein, ich bin ein paar Stolz fliegen. Ja, das ist ein paar schießende Gegner. Nein, nicht so gut. Fuck, das ist ein Bouncer. Oje, da. Ich bin hin. Ich glaub, da war irgendwas los. Da ist ein Bouncer. Ja. Ja, ich hab ihn hingemacht. Jawohl. Verstärkung, bitte. Verstärkung! Oh, das hat uns Verstärkungsverfahren. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. So, Moment, wo sind meine Sorgen? Okay, da ist das. Ah, dann werde ich die Proben schon mal unten raufklappern. Ja. David! Ja? Da wird noch eine Rakete werfen, was du uns magst. Wo? Ah, da. Ja, nimm mich mit. Ja. Jawohl, jetzt ein Orbitalschlag. Ich hab jetzt ein paar hingemacht. Mhm. Da fang ich mal hin, wir sind nämlich mal Raketenherrscher Ich bin auch klar Ja, mein Raketenherrscher ist weg Ich hoffe, da wirds ja Feuer ab Ja Magazin leer Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid Er bitte Orbitalschlag Oh jeder, ich bin hin Warum? Illuminiert von Kanonengeschütz Irgendein Verzündeter war das Kommst du? Ja Wir haben unsere Mission Mit der Automatikkanone Echt? Und die Opamone-Kisten ein bisschen Falls du was brauchst Ja Fuck Ich hab langsam Munition ausgeht Ja Ja Warte, komm her zu mir Ich hab einen am Buckel Da Äh, wenn ich mich da Heiß nicht Ich kann es irgendwie nicht nähen Ich werde da was für mich schmeißen Ja, ja Ja, bitte Orbitalfeuer Schicke einen Artenerreiß Hoppen Coverloch Boah, ey, ey Schicke einen Artenerreiß Ja Herr, bitte stärkere Waffen Jawoll Undere Vorräte an Ach so, das ist der Rucksack für die Automatikkanone Das ist der Rucksack für die Automatikkanone Das ist der Rucksack auf Oh fuck Oh fuck Fuck Run Oh fuck Warte, hui die Ich bin hin Ich bin hin Boah, zum Glück kann ich den Verstärken nach oben der Halt Echt Jetzt waren wir alle hingewiesen Ja Oh Ah fuck Ja, Alter, ich bin schon wieder hin Ja, ich auch Schauen wir, dass wir weggekommen jetzt Ja Anfrage bestätigt Verstärkung wurde losgeschickt Hey Diver, meldet sich kampfbereit Ist die Form aufgesammelt Na, ich weiß nicht, was sie lieben Ok, ich hab nen Rucksack nur für Ja Ja Ah, da links Ok, der Klavier hat Schaden auf Ja Evakuierung verfügbar Ok, wo ist jetzt die Evakuierung Ok, wo ist jetzt die Evakuierung? Ah, links Ah, links Ah, links Von mir Der ist halt Oh, siehst du das? Auf der Koarte Ah, das ist der Townsack Ja Ah, da links Oh, du bist dort, ja Da liegt mal ein Sprungpaket, falls du das brauchst Echt? Hast du eins? Ja, ich hab schon eins, ja Hinterm Stein Ja Passt Schauen wir, dass wir da weg können Von dem scheiß Planeten Ja Wir sind bei der Messia und ein mittler Panzer Um halt um Hm Vor dem Evakuierung Ah, fuck Ich bin leer Ah, fuck Ich hatte immer ein Flug Wir benötigen ein Geschöpft Wir benötigen ein Geschöpft Wir benötigen ein Geschöpft Ist ein Geschöpft Ich glaube, mit dem Laser-Ding kannst du gar keine kritischen Treffer treffen. Ja. Echt? Du machst aber prinzipiell schon, was ich konnte. Lass du jetzt zwei Minenfilter, meine Tür mit unten. Ja. Oh, da war irgendwo noch ein Roboter-Posten. Ja, wahrscheinlich hier hinten, was so viel los war jetzt. Pass auf, du darfst nicht mehr, wir laufen, das ist alles voller Minen. Ja. Ankunftszeit, D-1 Minute. Ok. Die ganze Bahn rein weg. Oh, da läuft er nämlich mit mir in das Feld einmal gut, Koffer. Alter, ich denke nicht, Hilfe. Ich glaube, da ist er bei uns da unten. Achso, da kommst du schon, gell? Nein. Nicht? Steht von mir. Meine Proben. Impressant, ey. Ah, darf er geschaut, was er genommen hat? Eigentlich doch. Weg doch. Hey, einer ist weg. Hallo? Ist der jetzt mit der Team geworden? Ich glaube, der ist ausgestimmt. Sie haben auf dem langen Weg zur Freiheit ein weiteres Etappenziel erreicht. Ja. 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 Ja.